Wer träumt nicht davon, Goldsucher zu sein? Von einem entspannten Leben in unermesslichem Reichtum und im Einklang mit der Natur. Zwölf Kandidaten, ein Ziel, die eigene Goldmine. Goldrausch am Yukon. Die Goldgräberlegende David Miller. Donnerstag auf D-Max. Die Goldgräberlegende David Miller. Die Goldgräberlegende David Miller. Die Goldgräberlegende David Miller. Die Goldgräberlegende David Miller.